Und Comzog, ja die Zugfahrt hätte mir jetzt doch etwas zu lang gedauert, eventuell das Tempo hochstellen sollen, ist ja doch da oben eine recht weite Strecke. So, ich würde mich noch einmal ganz kurz hier durchgehen, dass hier nach Möglichkeit möglichst viel im Bereich ist, hier eine ÖPNV, da sagen wir auch einfach mal Fahrzeugersatz, und zwar jetzt. Ja, bei Neuss ist alles gut, Ost-Erkenschweck-UPL, Schiff, ja, das Schiff macht mieser, aber gut, das interessiert uns jetzt nicht so. So, hier haben wir den Bahnhof angebunden, das rechte Gleis, oh scheiße. Das reiße ich gleich ab, da will ich mich auch noch was bei bauen. So, wir wollen ja schon schnelle Gleise haben. Ja, aber das Coole ist, wir können hier eigentlich... ...ich gleich nehmen wir den jetzt. Das rechte, okay. Äh, ich bin gemütlich, als ob das passt. Weil das kann scheinbar alles aufgeschüttet werden. Das sind auch, glaube ich, jetzt teilweise halt Änderungen, die durch den großen Patch im Sommer kamen. Und zwar besser als je zuvor. Und zwar besser als je zuvor. Und zwar besser als ich zum nächsten Mal. Und zwar besser als die Musik, aber noch als die Musik von Kaser, bis zum nächsten Mal. Ich bin ja zuvor mit der F ven. Und zwar als sie zuvor. Ich bin ja zuvor mit dem Schiff. Und zwar aus Conference. Ich bin ja zuvor. Ich bin ja zuvor! Und zwar mit der F ven. Ich bin ja zuvor. Ich bin ja zuvor. Boah, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, das heißt, was wir jetzt noch sicherstellen, wir stellen ein paar Gleise auf, äh, ein paar Gleise an, wir stellen Weichen auf, Signale auf, weil es kann ja auch immer gut sein, dass wir später hier an das Gleis mehrfach verwenden. So, als nächstes wollen wir bleiben hier. Unser Indiporan. Indiporan, Indiporan, Indiporan. Nennen wir das nicht. Das nennen wir einfach Düsseldorf-Mettmann. Ah, der hat Düsseldorf. Den Hilden. Den Hahn. Und nochmal. Wunderbar. Und dann Züge kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Sind wir bei 70, ne? Probieren wir mal 6. Cloten nicht genug Geld. Äh, Line. Düsseldorf, Mettmann. Ah, geil. Hätten wir uns jetzt wahrscheinlich noch nichts rein brauchen. Aber gut. So. Ah, das ist echt krass. Da haben wir schon drei Züge auf der Strecke. Kommt vermutlich dann irgendwo noch ein Vierter hinzu. Was wir jetzt mal eben machen, ist. Hier schon mal eben unser Bus-Depot. Ah, und auch hier werden wir sicherlich unterschiedlich nehmen. Auch hier werden wir, haben wir uns eigentlich mal die geilsten Städte rausgesucht. Also wirklich, richtig coole Städte, die so nicht zusammengewachsen sind. Das sollte uns gute Möglichkeiten geben, hier auch noch viel ÖPNV zu haben. Fangen wir in einem Mettmann an. Mettmann scheint recht klein und übersichtlich zu sein. Na, bauen wir eine Straßenbahn. Auch nicht möglich. So, fährt hier los. Fährt danach da. Fährt danach da. Nach da. Und fährt zurück. Das ist Mettmann ÖPNV. Jetzt kommt das Gute. Jetzt fahren wir weiter mit mir in die Straße. Trams kaufen. Eins, zwei, drei. Ich glaub das reicht für Mettmann. Mettmann. Und ab dafür. Fahrzeuge sind aus. Ja. Fokus falsch gesetzt. Na, ist ein Duisburg wird wahrscheinlich auch mal wieder ausgetauscht. So, in Haan. Auch dort bauen wir ein Depot und sagen wir auch gleich Straßenbahn. Wir sentГert zusammen... gefahren. Also hier lange. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und da zurück. Und da geht's lang, da, da brauchen wir gleich eine Doppelhaltestelle, und die Straße und da wird gepimpt, so, haben wir noch Geld gegeben, wir fahren zurück, da haben wir eine Sicherheitshalber speichern, das nennen wir dann O2, ja, ich speichere nicht so häufig, Autoservice ist eigentlich auch immer recht zuverlässig, aber so, das ist HN, ÖPNV, nicht ÖPNV, Ah, ja, HN, ich hab's auch gerade eben gedacht, irgendwas hab ich falsch geschrieben, HN, so, zack, achso, noch ein Zug ist alt, eins, zwei, drei, vier, fünf, und HN. Gut, ein Zug ist halt, ähm, keine Ahnung, ist in Duisburg, wahrscheinlich der, ja, gut, aber da warten wir jetzt trotzdem noch kurz, so, nächste Linie, die geht hier durch. Na, also, Soli, nennen? Bauen wir doch einfach mal zuerst die Linie, HN, Solingen, ÖPNV, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lassen nicht mehr eben offen, und pin, pin, die Straße entsprechend. So, 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 so schnell. So, 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 so. Trance kaufen, 1, 2, 3, 4, 6, sagen wir einfach mal, Arth, Soling, ÖPNV, ich gucke nochmal rein, nö, zeigt mir aber noch nichts rot an, ist wahrscheinlich dann jetzt irgendwie sozusagen bald an der Grenze, Bochum Dortmund, Zug 5, 18 Jahre, warum, mache ich den versehlich auf, Bochum Dortmund ist ja schon neuer, relativ neuer, gar nicht mal so neuer, ist das der, ja, ich glaube das ist hier die 60er Lok, ne, ja, die 60er Lok, ja, ja gut, aber, ich meine, fährt noch gut, so, fährt noch, fährt noch, muss noch nie getauscht werden, so, als letztes, ne, als nächstes schicken wir uns eben nochmal zwei Trams und schicken die auf die, ja, Gratlinie, wo, Hilden, bauen wir noch ein Depot, ich arbeite mir jetzt aber mal wieder mal mit Bussen, äh, ne, du, ne, du, du, 1, 2, bauen wir hier außen rum, 4, 5, 6, und dann noch einmal raus. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. So, gehen wir jetzt hier. Ja, der ist jetzt wieder weg. So, was ist das? Hilden ÖPNV. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Passagieren. Eins, zwei, drei, vier. Gebt keine Warnung. So, lang fällt. So drehen wir hier hinten schön. Da werde ich aber doch mit den Straßenbahn fahren. Machen wir mal folgendes. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Wir bauen hinten in langen Felder unseren Tram hier vor. Und bauen wir uns eben erstmal fix die Haltestellen. Das ist gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So, und dann pippen wir die Straßen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Machen wir mal. Drei. Da ist noch einer. Dann ist das Hildenlangen Punkt üblichbaum. Ich habe eben schnell zusammengeklickt. Ui, eine echt lange Linie. Passagieren. Ne, bei dem falschen Uprober. Hildenlangen fällt im BNV. Gucken wir eben einer zu. Zug 10, Zug 12. Essen Duisburg. So, wie viele Fahrzeuge haben wir auf der Strecke Essen Duisburg? Zwei. Eins ist 30 Jahre alt. Eine. Eins ist 30 Jahre alt. Ähm. 4540. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5,24 Millionen pro Fahrzeug. Das geht immer noch. Dann leihen wir uns eben ein bisschen Geld. Damit es gleich nicht daran liegt, dass da irgendwie ein paar Tausender nur fehlen. Den Tausch will ich eigentlich noch eben gern haben in der Folge. Weil das beschleunigt dann ja auch unsere Strecke. Ich glaube Duisburg-Bottrup dürfte das sein. Das ist nämlich glaube ich die, die im Rotar noch ausgebremst wird zum Teil. Von den alten Loks. So. Wollen wir doch sonst mal die Zeit ein bisschen schneller. Ich kann das Geld aber zurückzahlen. Okay. Ich dachte gerade, neulock. Stopp. Ja. Wollen wir doch mal eben die ganz schnelle Zeit. Die ganz, ganz schnelle Zeit. Gucken wir uns einfach die Fahrt an. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Auf den. 호�er. Ich vaccine Sie das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020